Hallo, Willkommen zu meinem Video. Heute bin ich mal wieder nicht allein, sondern mit Arianos. Sag mal Hallo, Arianos. Ich bin gerade gestorben. So, und jetzt haben wir mal. Heute spielen wir Breaking Point. Nee. Heute spielen wir Breaking Point. Ja, was soll man sagen? Dann werde ich... Also Arianos hat jetzt auch seinen eigenen Kanal. Den werde ich natürlich in der Infobox verlinken. Und ich habe da noch einen Discord-Server gemacht, da könnt ihr auch alle mit reinjoinen. Der ist da bestimmt in der Videobeschreibung drin. Und dann fangen wir mal an zu spielen. Auch wenn ich das gerade nicht kann. Wenn nicht, werde ich jetzt gezielt. Oh, ich sehe das Licht. Ich sehe das hellen Licht. Natürlich können wir auch heute noch Duos spielen. Also es wäre schon sehr, sehr spannend, wenn ich... Wenn ich schon Arianos jetzt im Team wäre, das wäre schon sehr gut bei den Duos. Habe ich recht, Arianos? Ja. Und gerade sieht es so aus, als würde Arianos das alles gewinnen. Weißt du es? Na, jetzt wird es knapp. Und sie hat dich gewählt. Und sie hat gewonnen, Vickyle Tick-Tock. Tick-Cock. Tick-Cock. Okay, ja, Tick-Cock. Nicht Tick-Tock. Sie ist einfach stehen geblieben und hat einfach nur herumgeblieben. Okay, mal sehen, gegen wen. Und dann hat sie einfach gegen die Tick-Tock. Ja, 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 bla bla bla. Interessiert geil. Mal sehen jetzt. Tag, 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 Step. Spielen wir jetzt. Oh nein, bitte kill mich nicht. Okay, ich glaube, er wird gleich beliebt. Ah, ****. Mit dir. Gib mal dein Papier angeguckt. Schreibt er denn wie? Och, Mann, unfair. Ich werde dich rächen. Dann mach doch. Aber ich bin noch nicht dran. Ja, wenden gegen ihn. Nee, dann nicht. Ich mache jetzt mal was ganz kleines. Ich habe es geschafft. So. Und jetzt werde ich meine Rache so ausführen. Mit den unfairsten Skin, den ich jemals gemacht habe. Den Nichts-Skin. Da sieht man mich. Oh Gott, der ist ohne sich frisch. Der ist so gemein. Aber ich nehme ihn trotzdem mal. Eiergut, Eiergut, Eiergut. Eiergut. Brauch auszurasten. Warte, jetzt mache ich das auch einfach. Eiergut, Eiergut. Eiergut, Eiergut. Wer will denn noch? No, you're bad. Niemand will gegen dich weiten. Naja, wer will denn auch schon gegen einen Schwarz kämpfen? Oh, warte, ich habe noch den Schwanz. Oh, f***. Der Messer nur verstecken. Nein, ich habe ihn. Nice. Voll in die Fresse. Die möchten alle noch mal gegen dich weiten. Oh, sch***. Oh nein, warum will die jetzt wieder gegen mich? Will das, oh Mann. Oh. Du wirst wieder angewählt. Ja, weiß auch warum. Gar nicht, keine Ahnung. Mein Gott, was ist? Ja, noch blöder gewählt, ne? Richtig. Nein! Okay. Super, tschüss. Und jetzt erstmal wieder zurücksetzen, damit alles wieder fair bleibt. So, besser. Nur nichts, bitte. Hauptsache, die anderen sehen mich. Das ist ja das Wichtigste von allem. Wo bist du eigentlich? Ach, du bist noch gerade. Genau, ich zähl. Setz Platz. Ich setz noch auf meinen Platz. Ja, jetzt möchten alle, dass ich mal spiele, ne? Ne, nur einer. Okay, ihr zwei. Wieder einer. Einer und du bist dran. Ja! Gut gemacht. Das krieg ich mal mal von. Herrmann, wenn du letztes Mal gegen mich beitest. So, jetzt wird's aber spannend. Ob du es auch noch ins Finale schaffst, weiß ich nicht. Hä? Schaffst es nicht. Hey, okay, jetzt lass es mal zum Ende des Videos kommen. Lass uns jetzt du es steunen, okay? Du weißt auch, wie das geht noch, ne? Ja, warte. Ich muss dich noch einmal kurz zücken, weil wir müssen halt auch gleichzeitig drücken. Nein, müssen wir nicht. Du kannst auch einfach, wenn du drauf gehst... Ja, warte mal, wo bist du? Ich hab jetzt schon gejoint. Geh mal jetzt dahin. Geh mal dort, wo du hingehen musst. Ja. Du weißt doch, wie das geht, ne? Ja, ich muss jetzt gerade schon mal anfangen. Alleine. Und ich bin alleine mit keinem im Team. Das ist ja voll unfair. Ich hoffe, ich komm dann auch als erstes dran. Lol, Svenne... Svenne Grüne es schafft. Okay, naja. War aber auch klar. Zwei gegen eine ist schon schwer zu gewinnen. BP. Lola ist ein Skin einfach. Sein Avatar. In die Stunde? Äh, muss ich jetzt mal gucken. Ja, bist du. Ah, okay, ich bin dann. Ja, für mich. Ich bin mit dir. Alter, wenn ich das alleine gewinne, ich hab's einfach alleine geschafft. Trotz, das ist der andere. Lol, I'm one alone. I won't. Ich bin mit dir. Oh nein! Mach du mal auch ganz leise. Okay, mach ganz leise. Du weißt doch, wie das geht, oder? Äh, bei mir ist nicht mal was. Äh, bei mir ist nicht mal was. Siehste. Mach das mal weg. Das ist scheiße. Hast du's weggemacht? Hallo? Mach das mal ganz weg. Du musst einfach hier auf das Menü gehen und dann auf Einstellungen und dann das ganz nach unten machen. Also nur Minus drücken. Okay, boy. Ja, du bist gerade besiegt worden. Meine. Das ist ein... Das ist bei den Normalen. Wo? Oh, was meinst du? Uff. Loll, ich hab die. Oh, scheiße. Alleine. Mann, unfair. Alter. Alter, war das low. Hast du's jetzt leise geschalten? Immer noch nicht. Das ist ein anderes Game. Mann, du weißt doch, wie das allein... Okay, dann halt eben. Dann lass everything. 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 Wohin? Folgt mir einfach. Also dort, wo ich gerade reingegangen bin. Wo bist du denn reingegangen? In everything. E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G. Da bist du doch. Siehst du, der geht doch. Ja, ich bin drinnen. No, I am hungry. Boy. Hi, hungry. I am MCT. F for respect. Boy, sit. Alter, war das einfach mal los? Er. Das ist besser, immer noch bei der Solo bleiben. Nein. Wir spielen das weiter. Ich weiß. Oh, ich bin zweiter. Ich bin drittletzter in diesem Server. Ich bin so schlecht. Vorletzter. Hauptsache, wir spielen jetzt ganz leid. Ah ja. Das ist ein ganz leid. Das leid. Ja, so. So geil. Dann musst du im richtigen Moment schießen. Wenn nicht, dann kannst du nicht schießen. Wenn du im falschen Moment schießt. Oh. Ja, das war easy. Für ihn. Mann, ich möchte jetzt auch mal. Lustig wäre es, wenn wir jetzt beide gegeneinander spielen müssen. Nein. Tun wir immer noch nicht. Alter, aber ich glaube, wir wären bei... Oh. Oh, Lil Kartiboy. Swipe. Kayboy, ich glaube, wir wären jetzt beide. Kayboy heißt das. Immer noch. Hab ich doch gesagt. Ja, wir sind. Nein, bist du nicht. Du musst mit der. Jetzt schieß. Oh. Oh, geil gemacht. Geil. Schön gemacht. Schön. Schön. Ich schnell. Du musst einfach nur mal im richtigen Moment schießen. Mach ich auch. Lil Kartiboy survived. Am besten geht es, wenn man auf PC spielt. Come on. Man hat sich einfach wieder umdrehen. Und dann... Oh, du hast jetzt geschafft. Lol. Aber bis jetzt war ich noch nicht einmal dran. Ich glaube, wir sind gleich beide. Hä? Warum werde ich nicht drangenommen? Endlich. Aber dann auch noch hier beim vorletzten Spiel. Nein. Okay, viel Glück. Aber ich glaube, du schaffst das nicht. Die ist sehr gut. Was, hä? Naja. Hä? Du... Naja, du kannst glücklich sein, dass du im Finale warst. Ja. Das Blöde ist einfach, dass ich... Ähm... Einfach so viele Runden gar nichts gemacht hab. Und dann... Ist dann gegen die letzten zwei Angebs. Dann natürlich auch verliere. Ist das natürlich sehr blöd. Ja, richtig blöd. So. Und jetzt geht's mal weiter. Mal sehen, was wir jetzt noch spielen. Es wird das letzte für heute sein. Dann ist das Video zu Ende. Ja. Komm. Duellvote. Ja, hoffe mal, dass jemand das macht. Der Rest. Das ist wieder das. So. Mal. Ach, warte. Ich hab noch die schwarze Hautfarbe. Muss den auch gleich weg machen. Muss den gleich nochmal in Hautfarbe umändern. Der Kopf ist noch rot. Also in... Fleischfarbe oder wie auch immer das heißt. LoL. Er hat's geschafft. Ich nicht. Alter, nicht mich. Nicht mich. Sieht aber so aus, als würden die beiden spielen. Oh. Alter, wenn die es jetzt schafft. Ach nee. Hat sie aber nicht. Bei mir ist nur eine so ein Glück. Also das Mädchen da schon ist sehr, sehr gut mit den schwarzen Haaren und der Mütze. Die ganz gut. Ich glaube, ähm, nicht so sehr ist richtig stark. Nicht mich. Nicht mich. Ach, zum Glück nicht. Ich glaube, die ist übelstark. Der hat mich auch... Der hat alle rasiert halt, ne? Na ja, beim ganz Leih. Slinger. Ja, ich werde gleich jetzt kämpfen. Ja, viel Glück. Nein, nicht. Ich ging nicht. Okay, na ja. Oh, so Glück ging den einen. Den kannst du schaffen. Hab ich. Lol, der hat den Stuhl da weggeschoben. Ah, ich hoffe, ich werde dich noch mal. Oh, so ein Mützel. Ja. Hätte auch du sein können, ne? Mhm. Oh. So, nicht ich. Ja. Schon wieder nicht, du. Alter. Wir haben aber Glück, wenn wir jetzt gleich im Finale spielen. Das wäre so heftig. Also, die ist schon gut. Alter. Nee. Das. Wir sind für die andere. Oh, na ja. Okay. Ich hoffe aber... Oh. Okay, warte. Jetzt gehe ich gleich. Nämlich auf sie. Tomini will mich. Will mich. Ja, okay. Nein. Wenn ich nämlich gegen sie spiele. Aber es könnte jetzt sein, dass wir beide gegeneinander spielen. Oh, nein. Das ist heute das jetzt. Oh, was? Nein. Oh, nein. Ja, ich hab's geschafft. Gutes Video, ey. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lass auf jeden Fall. Daumen und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ciao. Ciao.